Also, ich hab die Aufnahme gestartet, so? Jaja Sprecher mal Ich weiß So, ich möchte wieder die Escape-Taste weg tun Oh, dann bin ich dappert Da So, jetzt Ich finde es geil, dass die Sprecher auch nur deinen Kopfschuss nachgehen Warte ein bisschen, ich lade nach Gib mir einen Augenblick und lade nach Kannst du nicht sehen, dass ich nachlade? Warte ein bisschen, ich lade nach Ja Warte ein bisschen, das ist interessant Läuft, Magazin, gib mir einen Augenblick Ich lade nach, gib mir Deckung Bist du dir auch Ich lade nach, gib mir Deckung Kommt und holt sie uns Kommt und holt sie uns Schöne große Kanonen Das hört sich auch so falsch an Ich finde es schade, dass man nicht laufen kann Ja Ich glaube ich spare mir das Geld und lasse halt das, was wir haben Vielleicht auch Da 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 Hast du schon die Zwergen-Axt gesehen eigentlich? Nein Bis dahinten Hast du die oder die Wicke schon gesehen? Die meinst du? Die kannst du benutzen auch, gell? Scheiße Ja, geh hin, sonst schau, was zeigst du das eh Blödsinn Was ist wirklich so geh hin? Blödsinn Bei mir steht deine Zwergenkraft, die ist noch nicht groß genug Ich muss mich um diese Waffe zu führen Hehehe Reiche Name in... ...Dawars Dwarfs durch Dwarfs Dwarfs durch Dwarfs Dwarfs, ich hab's nicht gesagt gelesen 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 Alter, du bist wirklich wieder mit mir oder was du? Gib mir die Taschlampe Und deine Leuchtung sogar Meine Leuchtung? Jetzt bin ich mit meinem Fotog Jetzt? Ich weiß, du meinst schaltet die Instant-Videos raus Wahrscheinlich hast du den Button doppelt belegt Scheiße Die dritte Du spielst sicher gern mit Button Heheh Du musst doch jetzt ein frischisches Gefühl machen Hehehe Nicht Der Button kommt hinterher Pfff Ich bin super Guck Ich bin bereit und warte. Warte ein bisschen, ich lade nach. Jetzt hier, holt euch. Jetzt hier, holt euch. Läuft, oder? Ja. Ich bin jetzt besser blöd, dass man nichts bringen kann. Mit dem Messer bist du schneller. Flatt, der Fehler? Ok. So wie ne Schrotfinder. Ok, ok. Hä? Ich wollte nicht die... Egal, die ist eh nicht schlecht. Alter, es gibt eine Kartoffel. Wut? Also, es gibt ein... Es kann aus... Meiter mehr zum Werfen. Eine Kartoffel, die kostet 70.000. Und die hat alles voll. Schade, das kannst du nicht. Für das Teil brauchst du mehr Geld. Bei welcher Teilung? Ah, der verletzte. Ah ja, der Potato. Die ist neu. 70.000! Boah, die will ich haben. Ich will keine. Nicht genug Kohle dafür, Schade. Die will ich haben. Aber ich finde die Pistole reicht, aber die Info raus eingehen. Ja, ja. Du brauchst mehr Geld. Jetzt geht's auf einmal. Was? Du weißt, dass du es gibt? Na, die... Taschenlampe. Ah... Weißt du, was beim... äh... KillingFly 2 die Batterie sein wird? Die Taschenlampe? Ja. Ich hätte jetzt wieder Bock auf den zweiten Teil. Verständlich. Oh, ich hab's da. Ich hab's da nicht gerne vor. Wenn jetzt noch jemanden befreitlich. Ich hab's da nicht gearbeitet. Ich hab's da nicht gerne tutaj geflogen. Oh, lass die hier unten. Und dann natürlich nicht. Ich hab's da nicht so gut. Ich hab's da nicht so gut drauf. Ich hab's da nicht so gut. Ich hab's da nicht aufgenommen. Ne안� Leahy der die Hände hier geflogen. Ich hab's da nicht vorgelebt. Ich hab's da nicht so gut gehen dass wir haben. Ja. Geil, gerne gebeten Ja Ja, ich auch nicht Hinter dir Ja Der Kussi ist da Zwar mal sogar Ich weiß nicht, meine Schraubfinde ist so fett Die drückt mich zurück, oder? Warte, spring einmal und schieß mit der Schraubfinde Das ist so geil Warte, siehst du mich? Schau mal Ja, bin noch am Rückschluss, was da da Ein bisschen Warte 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 Ich kapite, die noch mal jetzt hier Ja Nein Nein Hast du aber was gekauft? Ja, als hab ich auch gekauft Genau Was hast du denn gekauft? Ich hab gar nichts gekauft Ich hab was versehen, aber auch gekauft Ich nicht, ich hab aus versehen mal Perk gewechselt Hä? Das geht gar nicht Oh ja Nein, was hast du zuerst gehabt? Ingenieur, jetzt hab ich Schraubfütze Du kannst immer noch... Nein, du kannst das nur einmal pro... entweder pro Runde, oder... Ah, pro... pro... Na, pro Game halt Ich wollte eigentlich die anderen nur anklicken, was die so für Bonus haben, aber auf einmal wechselt ja das Instant ohne mich zu fragen Ja Vergiss nicht, Interlabel zu spritzern Ja Ich hab ja alle noch Mhm Das nächste, was mich stört, dass wir erstens keine Map haben, und haltens, dass du nicht anzeiglich bist Mhm Mhm Bist da oben, oder? Ah, ich finde ich Ich verschweiße die Tür Warte ein bisschen, ich lade nach Warte ein bisschen, ich lade nach Wie fällt das noch? Warte ein bisschen nach Links ist ein Chibi Am Nachladen Ja, klar, ich verkehre der Richtung Das war's für heute. 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 Das war's für heute.